Hallo liebe Freunde, willkommen im Winterwunderland von Kirby und das vergessene Land, Krimskramsigelschatz. Wir machen hier mal eine Schatzstraße und dann geht's weiter in den U-Bahnhof. Wenn wir hier so einen schönen Stern mitnehmen können, dann machen wir das doch, um unsere Sachen später auch verbessern zu können. Okay, das muss man sich merken, man piekst das ja auf und kann es dann ja auf die Gegner schleudern. Das ist halt, guck mal, zack und alles drauf. Das ist ja mega eigentlich auch, ne, die Fähigkeit, weil es ist ja erfasst und besiegbar. Cool. Solltet ihr auch öfter nutzen, wenn ihr das Spiel spielt? Sollte ich vielleicht auch öfter nutzen? Okay. Gibt es da Unterschiede, welche Gegner ich mir da aufpiekse und wie viel Schaden diese dann machen? Ist schon cool. Also mega gut gemacht, tatsächlich. Die Idee musst du erstmal haben, ne? Dass du so ein Krimskramsviech bist. Den hätte ich gern noch. So, alles schön mitnehmen, hier. Die Robbe da wegmachen. Oh no. Lass mich. Okay. Easy. Cool. Wenn man sich damit so ein bisschen auskennt oder öfter macht, dann ist sie richtig gut. Gut, die Madridis sind. Sehr schön. War ja fast geschenkt. Unter 1,20. Na ja, gut. Next, Schmoll. Ja, schön. Einen haben wir wieder. Wir hatten zu Anfang mal so viele, ne? Fünf, sechs oder so. Den haben wir natürlich schnell weg. Ist hier noch einer zu finden, vielleicht? Ne. Hier ist noch einer. Rumpenketten. Na ja, gut. Kommt. Wir gehen erstmal hier ins Level rein. U-Bahnhof auf Eis. Schließe den Abschnitt ab. Kriegen wir hin. Okay. Wir sind noch hier. Oh, lecker Milch. Okay. Ne, ne. Ich will hier kein Eis ab. Was haben wir da vorne für ein? Wo will er hin? Halt. Du hast kein Ticket. Kein gültiges. Zurück in die U-Bahn mit dir. Okay. Alles sehr eisig. Gibt es hier was zum... Wir müssen wieder Ausschau halten. Wir dürfen diesmal nicht so viel verpassen. Okay. Ja, die Klasse ist auch geil, ne? Also man hat... ...die Range, die ist schon mega hoch. Oh. Oh, wow, wow, wow. Okay. Warum ist das hier? Warum ist das hier? Kann man doch irgendwas machen? Das ist rot, zeigt er dann. Aber warum? 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 Okay. Easy. Irgendwas haben wir da noch schon verpasst. Bei der Tür da gerade. Oh. Oh, oh, oh. Oh, cool. Hoffentlich eins, was wir noch nicht haben. Jetzt, wo wir wissen, wie viele wir davon brauchen. Oder wie viele es gibt. Ja, würde ich mir das mal wünschen. Ach, warte mal. Wir hätten vielleicht doch so ein Eisviech nehmen sollen, weil... Oh. Dann können wir doch auf Wasser laufen, oder? Dann könnten wir auch locker runterspringen. Oder wären wir dann auch tot? Der Mann, der konnte doch auf Wasser laufen. Oh. Oh, die Explosion war groß. Okay. Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Für so eine Atombombe, ne? Ich klettere auf zwei Züge. Ah, okay. Was kriegen wir hin? Wenn wir noch einen finden. Stimmt, wir sind in der U-Bahn-Station. Ich habe... Ich bin ehrlich, ich habe total vergessen, dass wir in der U-Bahn-Station sind. Ich habe irgendwie... Ich weiß auch nicht. Nicht so dran gedacht. Komm schon. Ah, weg mit dir. Ah, wir haben wieder 2000 Münzen. Gott sei Dank. Oh ja, ihm lassen wir mal runterflopfen, na. Aber sind ein bisschen weiter weg vielleicht. Okay. Was haben wir da oben? Gibt es da was? Oder ist er... Ne, da kommen wir gar nicht hoch. Aber der ist doch so low. Der wird uns doch niemals gefährlich. Oh. Oh, bevor wir da sind, sind die schon tot. Also das ist doch lächerlich. Okay, da haben wir uns einmal erwischt, ne? Naja. Braucht euch mal, ihr kleinen Affen. Schwer war es jetzt nicht tatsächlich. Oh nein. Jetzt habe ich es aufgenommen. Oh nein. Warum mache ich denn so was? Na gut, wir werden es wohl brauchen, sonst wäre es nicht da gewesen, ne? Oh, zweiter Zug. Cool. Komm. Okay. Oh, das sind jetzt hier nicht viele Münzen. Aber wir müssen nehmen, was wir kriegen können. Wir müssen eine Ü-Eier sammeln, ne? Oh. Nice. Geil. Ah, hierfür brauchen wir den. Hab mir die Nägel reinzuhauen. Zack. Zack. Eins, zwei. Drei. Vier. Mhm. Zack. Sehr schön. Oh, sogar der erste. Mann. Wie lange ist das Level? Oh, und Kohle. Sehr schön. Auch nicht zu knapp. 20 direkt pro Haufen. Okay, weiter geht's. Äh. Und dieser Eiszapfen da runter, ne? War so klar. Was haben wir damit jetzt bewirkt? Ah, okay. Oh, cool. Ja. Serie 2. Eine Ü-Ei. Coole Sache. Oh, das war knapp. Ich hab noch so gesehen aus dem Augenwinkel irgendwie. Das stimmt doch was nicht. Den Affen erstmal beseitigen hier. Die Münze noch sammeln? Nicht vergessen. Okay, da ist noch der Nagel. Modeling? Was kriegen wir? Was kriegen wir? Scheiße, wo geht's lang? Ich bin jetzt zwei geheime Wege. Das ist ein geheimer Weg. Wir gehen diesen geheimen Weg jetzt gerade lang. Lass uns das machen. Man, er ist geheim. Oh, schnell wieder rüber. Haben wir hier hinten was verpasst? Nein. Außer ne Münze vielleicht hier durch die... Ja. Weißt du, wenn man aufräumt, dann kriegt man was. Ist wie zu Hause. Ah. Okay. Oh. So. Oh, 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 oh. Ja, okay, das war ein bisschen dämlich. Drei. Und raus damit. Alles klar. Perfekt. Sehr schön. Oh, auch was zu essen. Dankeschön. Schönen Kaffee mit Milch. Also erst Kaffee und dann im Milch hinterher. Sehr schön, der zweite. Okay. So. Zurück. Sehr schön cool. Die Mucke ist doch ein bisschen nervig tatsächlich. Bin die doch nicht mehr so geil. Ist aber so typisch Nintendo Eisland mäßig. Wir kommen auch zu dir. Keine Sorge. Okay, der hockt da oben rum. Kicken wir den da runter. Oh, gar nicht. Kommen wir einfach hoch. Okay. Woddel die Nummer drei. Cool. War nicht, nicht schwer. Und tschüss. Weiter geht's. Ordentlich Münzen gesammelt. Das ist schön. Nehmen wir den mit? Nehmen wir den mit? Ja, die Frage hat sich jetzt gerade erübrigt, ob wir den mitnehmen. Können wir uns ein bisschen abpassen, glaube ich. Okay, den Bomben-Heini nehmen wir nicht mit. Das weiß ich. Okay. Da kommen wir nicht drauf. Ja, den will ich auch nicht eigentlich. Können wir hier lang? Nein. Ich habe schon wieder die Befürchtung, wir haben irgendwas verpasst. Lass uns mal überraschen, ne? So, was bringt uns der Schalter? Aha. Geronimo. Zack. Ja, okay. Serie 1. Egal, wir müssen alles nehmen, was geht. Tatsächlich. So, weg mit dir. Wir behalten mal den Hammertypen hier. Weil wir so Hammer sind. Okay. Oh, ja, mal weggekündigt, Alter. Okay. Ich glaube, hier können wir stehen. Hin, 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 da. Okay. Neuer Versuch. Irgendwie ist über uns etwas. Ach, cool. Jetzt die Frage, wo müssen wir jetzt lang? Hier lang. Okay, hier war nämlich irgendwas. Hier oben. Ah, cool gemacht. Ah, ha, ha, ha. Cool. Geil. Ja, Leute, wichtig. Immer, 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 immer. Alles angucken. Okay, wir können jetzt eher hier werden, Leute. Eben, irgendwie. Manchmal macht man sich, glaube ich, zu wenig Gedanken, warum manche Gegner da sind. So wie der Bombentyp. Gut, der könnte jetzt da sein, weil das Level hier voller Bomben ist. Oder gerade. Da sind die schon, ne? Die Wolleys. Jawohl. Irgendwas haben wir vergessen. Ein Geheimraum oder so. Weil ich glaube, wir haben nur einen von zwei Geheimräumen entdeckt. Ja, cooles Level gelesen. Ja, gelesen auch. Gewesen. Ich habe, ach doch, finde zwei Geheimwege. Haben wir nur einen gefunden. Naja, gut. Ist da mal in Ordnung. Ist doch ein guter Schnitt. Oh, cool. Super Kraft, Lolli. Edle ein Decker. Woran erkennt man erfahrene Schützen? Selbstverständlich an ihren schicken Hüten. Mit den zwei Knarren lassen sich fix Salben abfeuern. Oder auch aufgeladene Schüsse. Mhm. Das wissen wir. Warpstern. Okay, cool. Auch neue Kanone. Gehen wir immer neue oder... Gehen wir auch mal doppelte? Habe ich jetzt noch nie so drauf geachtet, bin ich ehrlich. Wie Waddledees haben wir denn jetzt? Ostböenmeer. Oh Gott, das hört sich schon nicht so cool an. Tschüss. Die zehn Waddledees. Ah. Nächste. Oh, sogar zwei direkt. Ja, die müssen wir irgendwann... Müssen wir sie halt mal machen, ne? Warum können wir die nicht? Ist da irgendwie so ein Stingstranner hier? Ohne die Spezial-Power-Bleistift-Bohre kannst du die Stange nicht betreten. Aha. Ja, aber hier habe ich ja... Naja, egal. Okay, wir gehen mal eben zur Waddledee-Stadt. Und holen uns was Neues zu essen. Dass wir was auf der hohen Kante haben, quasi. 139 haben wir. So, mal eben was kaufen. Willkommen, was darf es sein? Den hier kaufen für den Hunni. Da ist halt auch mal Geld, ne? So, mitnehmen. Okay. Alles klar. Kriegen wir hin. Eine besondere Figur. Die bekommt nur unsere tausendste Kunde. Was? Geil. Was ist das? Welche ist das? Ja! Geil! Cool! Waddledee-Service-Kraft. Diese fleißige Aushilfskoch sorgt dafür, dass die Gäste des Waddledee-Kaffees auch immer schön satt sind. Leider lockte der Duft seines leckeren Essens nicht nur neue Kunden, sondern auch das Bestienrodel an. Doch jetzt, da das Kaffee wieder aufgebaut wurde, brummt das Geschäft wie nie zuvor. Cool. Genau, hier war die Post. Da konnte man die Dingsbums eingeben, die Codes, wenn man welche hat. 145 wäre hier das nächste. 180 kommt dann. Okay, hier haben wir ja schon. Ah, okay. Ähm. Komm, du komm, das wärst du nicht mehr so nicht lang. Das wär genau richtig. Ja, aber ich hab doch die Belohnung. Also, warum sollte ich das machen, ne? Naja, hab ich ja schon geschafft. Mal von der Zeit her, okay, ja. Könnte man auch besser machen vielleicht, aber... Nochmal hier Opa fragen. Hier müsste... Hä? Und haben wir was vergessen? Verbindung. Hä, das war doch der, oder? Der uns erzählt, ob wir was vergessen. Ich will jetzt keine Verbindung. Nein. Wirst du, du wolltest die Gelehrten ohne eine Online-Verbindung zuhören? Ja, ist doch in Ordnung. Keine einzige Blaupause entgangen. Alles klar. Schön. Okay. Bist du noch mehr erfahren? Abbrechen. Okay. Cool. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir beenden hier die Fol- nach rein. Ist ja unsere... Ach, das ist ja unsere Putze hier. Hier mein eigenes Haus. Ach, Gott, Gott, Gott. Ach, Koro, Koro, Koro. Ein schönes Bild aus dem Kolosseum. Da gibt es also mehrere Bilder, alles klar. Ich muss noch mal drauf achten, da werden bestimmt noch mal neue gekommen in das Kolosseum. Buch lesen. Was haben wir da? Was? Frühere Abenteuer. Alles für Mucke. Kleiner Robot. Verbündete Regenbogen-Pinsel. Das sind für die... Für welche... Plattform steht da auch drunter? Nintendo Switch, Nintendo Switch. Die habe ich alle nicht gespielt, Alter. Aha. Okay. Was ich alles verpasst habe, ne? Hörby hat man nie so auf dem Schirm. So, Leute, genug jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Ciao mit V, Ö mit Ö und wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. the ический